Ja! Alright! Yes! Und da hatte ich letztens noch eine Partnerschaft mit Ankerkraut, Leute. Und wie ihr wisst, Ankerkraut hat immer dafür geworben, gute Konditionen für Mitarbeiter zu haben, sich um die Natur zu kümmern, sich um Nachhaltigkeit einzusetzen. Ökologisch, fair, das war immer Ankerkraut. Und dann auf einmal wurde Ankerkraut zu 80%, ich glaube 80%, die noch von Ankerkraut übrig waren, wurden von Nestle aufgekauft. Das war für mich auf jeden Fall ein Zeichen, hey, absolutes Greenwashing, das passt absolut für mich nicht und ich möchte dafür keine Werbung mehr machen, weil das absolut für mich nicht mehr in die Ideologie von Ankerkraut passt. Man wirbt die ganze Zeit für diese guten Themen und lässt sich dann trotzdem von einer Firma aufkaufen, die komplett widersprüchlich ist. Warum ich euch das genau erzähle, da komme ich gleich nochmal zu. Und ich will hier an dieser Stelle auch keine Leute flamen, die irgendwie Werbung für irgendwelche Siegel machen etc. Darum geht es mir gar nicht. Heute geht es mir nur darum, nochmal klarzustellen, Nachhaltigkeit sorgt ein Siegel dafür, dass Nachhaltigkeit existiert. Und darum geht es mir an dieser Stelle. Und da würde ich aus meinen Informationen heraus direkt sagen, nein. Aber wie gesagt, ich will hier niemanden angreifen oder sonst irgendwas. Denn es gibt viele Arten von, hey, ich wusste es nicht besser. Und dann ist das auch okay. Dann kann man Leute darauf hinweisen und dann wünsche ich mir einfach, dass diese Leute sich persönlich darüber weiter informieren. Kein Grund für Hass, Angriffe oder sonst irgendwas, sondern positive Rückmeldung in Form von, hey, guck dir das bitte nochmal ganz genau an und informier dich. Punkt. Warum sage ich das? Ich mache jetzt seit fast sieben Jahren Twitch und habe dort schon viele Sponsorships gesehen, die einfach so nicht klar gehen. Ich habe zum Beispiel Charity-Aktionen in Form von Wasserrettung von Volvic gesehen, wo auch noch Influencer für die Charity-Aktionen bezahlt worden sind. Ich habe Influencer gesehen, die Werbung machen für Handy-Games, die Jugendliche ausnehmen. Ich habe Influencer gesehen, die öffentlich für Casinos Werbung machen und Leute in ihre Spielsucht gezogen haben. Und, und, und. Ich habe schon so viel Scheiße in dieser Online-Welt gesehen. Und deswegen will ich einfach niemanden verurteilen in diesem Sinne, sondern einfach nur hoffen, hey, informier dich, versuche es vielleicht nächstes Mal besser zu machen. Und deswegen komme ich an dieser Stelle aus gegebenen Anlass zu dieser Thematik MSC. Da hat ich persönlich gesehen, dass mein großer Influencer auf jeden Fall für das MSC-Siegel Werbung gemacht hat und gesagt hat, hey, ihr könnt ohne Bedenken Thunfischdosen kaufen, wo das MSC-Siegel draufsteht. Denn wofür steht das MSC-Siegel? Und zwar Fischprodukte mit MSC-Siegel kommen aus nachhaltigen, umweltschonenden Fischereien. Also alles, was das MSC-Siegel bekommt, ist nachhaltig und umweltschonend. Ist erstmal Fakt laut der Aussage des MSCs. Es wurde auch damit beworben mit der Homepage des MSCs und dort, wo das Ganze dann, hey, verkauft mit, hey, das ist eine gute Homepage, schaut euch das bitte an. Das ist, da wird das Ganze bestätigt. Aber ist ja klar, dass die eigene Firma für sich sagt, hey, wir sind geil, wir machen das anständig. Ist klar, auf jeden Fall. Da muss man auf jeden Fall mit offenen Augen und ein bisschen kritisch rangehen und sich ein bisschen weiter informieren. Denn, jetzt mal ganz im Ernst, wie soll eine anständige, nachhaltige, industrielle Fischerei überhaupt existieren? In dieser heutigen Zeit, bei Überfischung, bei aussterbenden Fischarten, bei großen Fangnetzen, die nicht irgendwie mitgefangen werden dürfen, bei Haiflossen, Abschneidungen etc. Dies, das, es gibt so viel mehr Punkte und ich könnte hier so viel mehr darüber sagen, dass es eigentlich im Grunde, es ist nicht möglich. Man müsste Fischerei abschaffen, damit es nachhaltig ist und umweltschonend ist. Aber wir haben natürlich drei Prinzipien. Eine nachhaltige Fischerei erfüllt drei Grundprinzipien. Einmal, der Fischbestand hat eine gesunde Größe. Der Lebensraum mehr wird geschont. Und es gibt ein wirksames Fischereimanagement. Bei der Fischbestand hat eine gesunde Größe, steht zum Beispiel nachhaltige MSC-zertifizierte Fischereien, befischen keine überfischten Bestände und sie sorgen dafür, dass einem Bestand nur so viel Fisch entnommen wird, wie auch wieder nachwachsen kann. Ja, wie soll man das bloß kontrollieren, ist die Frage. Der Lebensraum mehr wird geschont. Punkt Nummer zwei. Eine nachhaltige Fischerei zerstört den Meeresboden nicht und sie gefährdet keinen Bestand durch zu viel Beifangen. Da habe ich zum Beispiel was gefunden, dass auf jeden Fall auch Fischereien das MSC-Siegel bekommen haben, welche Bodennetze noch benutzen. Und es gibt ein wirksames Fischereimanagement. MSC-zertifizierte Fischereien müssen ihre Auswirkungen auf das Ökosystem kennen und minimieren. Sie müssen sich an wissenschaftliche Vorgaben und geltende Gesetze halten und sie müssen in der Lage sein, auf veränderte ökologische Gegebenheiten schnell und angemessen zu reagieren. Beispielsweise, wenn die Größe eines Fischbestands sinkt. Sind wir mal ganz ehrlich. Wenn da nicht mal das Geld regiert und wenn der Fischbestand sinkt, dann wird garantiert nicht aufgehört zu fischen. Sehen wir ja schon bei den Dorschen, sehen wir bei den Heringen, sehen wir bei vielen, vielen anderen Fischbeständen. Auch Thunfische. Ich glaube, drei Thunfischearten sind schon ausgestorben oder stehen kurz vor dem Aussterben. Und ich denke, es sind noch viele, viele mehr. Und es sind auf jeden Fall drei, von denen ich weiß. Gelbflossen-Thunfisch irgendwas und Grau-Augen-Thunfisch. Nagelt mich nicht fest. Nagelt mich nicht fest. Aber ihr merkt, worauf ich hinaus will. All diese drei Grundprinzipien, schon allein, wie sie da stehen, sollte durch logischen Menschenverstand schon im Kopf klingeln. Hey, das ist ja gar nicht möglich. Das ist ja gar nicht möglich. Noch ein Punkt auf der Seite ist, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Leider findet diese Kontrolle der MSC-Kontrolleure nur sehr wenig bis gar nicht statt oder sind mit Geld geschmiert oder durch Kriminalismus gefährdet. Häufig werden MSC-Kontrolleure ganz alleine auf solche Fischereiboote gepackt, wie man in der Dokumentation Seaspiracy sehen kann. Und dort werden sie bedroht und unterdrückt, sodass das MSC-Siegel, hey, bam, ich packe es dir drauf. Ich möchte nicht um mein Leben bangen. Ich möchte nicht hier von Bord fliegen. Und auch trotzdem sind viele Leute, die kontrollieren, auch schon unterwegs bei solchen Kontrollen gestorben. Und somit ist es einfach auch so, hey, ich habe gar keinen Bock mehr, da zu kontrollieren. Man sollte sich diese Dokumentation Seaspiracy angucken und auch dort nicht alles nur aufnehmen und nachplappern. Nachgucken, schauen, sich diese Fakten zu Herzen nehmen, nicht nur diese Fakten mit sich nehmen und auch da. Und auch große YouTuber, die sich für den Umweltschutz einsehen, wie Robert, Marc, Lehmann, gibt sehr gute Ansätze, spricht solche Themen auch immer gut an und hat auch häufig recht. Aber trotzdem mit offenen Augen ran, kritisch, mit euren eigenen Gedanken ran und immer gucken, hey, stimmt das? Ich recherchiere das, ich schaue das nach und nicht immer nur nachplappern. Ganz, ganz wichtig. Bitte. Ganz, ganz wichtig. Weil viele Menschen jetzt im Laden das MSC-Siegel sehen, greifen sie häufig dazu und kaufen es. Das ist halt die Sache. Der Kunde des MSC-Siegels ist nicht im Internet, sondern der Kunde ist da draußen im Supermarkt. Genauso wie der Kunde da draußen von einem Ankerkraut nicht im Internet ist, sondern der Kunde ist im Supermarkt. Oder ich sage jetzt Ankerraut als Beispiel von einem Nestle-Produkt oder sonst irgendwas. Ich selber konsumiere auch Nestle-Produkte. Aber mir ist es halt wichtig, dafür keine Werbung zu machen, dass ich Geld dafür kriege, dass ich solche Produkte irgendwie bewerbe. Also, das ist mir wichtig. Weil es gibt viele, die sich die ganze Zeit darüber beschweren, Nachhaltigkeit, Bio etc. Und dann laufen sie zum nächsten Aldi und essen dann ihr Thekenfleisch aus dem Billig-Discounter und wissen gar nicht genau, wer das kommt etc. Ihr wisst, was ich meine. Dieses ganze Greenwashing, dieses ganze Schwarz-Weiß. Ihr wisst es, ihr wisst es, was ich meine. Aber kommen wir nochmal zum MSC. Nur damit ich euch noch, merkt euch nochmal die drei Prinzipien, ansonsten spult nochmal im Video zurück. Und zum Beispiel allein schon, wenn man Google aufmacht, findet man unzählige Seiten, wo man sieht, hey, was lässt der MSC zu? Welche Siegel, welche Fischereien bekommen die Siegel des MSCs? Und was passiert hier eigentlich? Oder bei der Seaspiracy könnt ihr in der Dokumentation auf Netflix, könnt ihr auch sehr viel sehen, was passiert beim MSC eigentlich. Stand Januar 2022 sind es insgenau 17% der Meeresfischereien, die ein MSC-Siegel haben. 17%. Was ist mit den weiteren 83% eigentlich? Bei genauer Recherche kommt aber trotzdem heraus, dass der MSC Fangmethoden zulässt, die für das Ökosystem zerstörerisch sind. Denkt nochmal dran, Beifangquoten, Meeresboden etc. Der MSC supportet immer noch Fischereien, die das Abhacken von Haiflossen akzeptieren, genehmigen. Trotzdem seit 2013 das sogar gesetzlich verankert verboten ist und jetzt sogar mit einer neuen Petition angesagt worden ist, Hey, wir wollen das nicht, lass das sein. Und somit wurden die Gesetzeslage noch unter Druck gesetzt und hoffentlich passiert da auch noch was. Grundschleppnetze war eigentlich eine Fangtechnik, die vom MSC nicht erlaubt worden war. Trotzdem sind in der Nordsee 25 Fischereien MSC verifiziert, Leute, die dann mit Muscheln, Krabben, Kabeljau etc. fangen. Gleichzeitig hat die Grundschleppnetzfischerei immer noch super hohe Beifangquoten und eigentlich war das auch nicht das nachhaltige Konzept des MSCs. Dazu kommen häufig Hochseelangleien mit über 1500 Köderhaken, die eigentlich dafür da sind, um Schwertfische zu fangen. Dabei werden aber auf 20.000 Schwertfische ungefähr 100.000 Blauhaie immer mitgefangen und an Bord sind die meistens bereits tot und werden einfach wieder über Bord geworfen. Kommen wir mal speziell auf dem Bonito zu sprechen, denn das ist eigentlich das, was ihr in der Thunfischdose findet. Eigentlich habt ihr gar keinen richtigen Thunfisch in der Dose, sondern ihr habt eigentlich das Fleisch von Bonito in der Thunfischdose. Und beim Fangen von Bonito zum Beispiel im Indischen Ozean kommt es häufig zum Beifangen von Seidenhai, Seehunden, der Gelbflossen-Thunfisch, der eigentlich vom Aussterben bedroht ist. Und häufig in den bestimmten Gegenden werden noch häufig Delfine einfach mit als Beifang genommen. Es gibt natürlich auch eine Forderung an Verbesserung dieser ganzen Sache und daran wird gearbeitet. Bis wann, weiß man nicht. Es gibt keine zeitliche Eingrenzung, es gibt keine Statements dazu, dass es irgendwie gemacht wird. Aber es ist natürlich dazu, hey, Menschen sollen unter Berüchtigung von Menschenrechten fair behandelt werden. Fischereien, deren Beifang einen gewissen Prozentsatz übersteigt, soll sich künftig nicht mehr für das MSC-Siegel qualifizieren können. Aber wer kontrolliert das die ganze Zeit? Das muss ja auch wieder festgesetzt werden. Dann die Haiflossen-Aktion, Leute. Jene Betriebe, die Meeressäuger als Lokalisierungshilfe für Fische ausnutzen. Und bereits zertifizierte Unternehmen sollen ihren Beifang weitestgehend reduzieren. Das sind so Dinge, weitestgehend reduzieren. Selbst das ist nicht auf Fakten basiert. Selbst diese Forderungen nach Verbesserungen, da merkt man einfach, ey, da merkt man einfach, diese Öko-Siegel sind einfach leere Versprechen. Nur weil ein Siegel auf einem Produkt ist, sollte man nicht einfach ein Produkt kaufen, Leute. Vertraut nicht jedem Siegel. Es gibt erfundene Siegel, die einfach nur von der Firma draufgesetzt werden. Irgendwelche Siegel. Die werden erfunden. Ich könnte jetzt hier das Angel-News, das Angel-News-Logo irgendwo ein Siegel draufpappen und sag, hey, Angel-News zertifiziert. Schwapp, kauft das. Auf jeden Fall. Ihr wisst schon, was ich meine. Hört nicht einfach auf irgendwelche Labels etc. Denkt nach. Seid offen. Und überlegt. Hey, möchte ich das jetzt? Und selbst wenn so ein Gütesiegel da drauf ist, dann müsst ihr immer noch bedenken, so ein Siegel ist auch nicht gleich so, boah, Alter, davon kann ich jetzt tausend Sachen essen. Man sollte keinen gewissenlosen Konsum betreiben. Gleichzeitig sollten wir einfach mal darüber nachdenken, sollten Meeresfische nicht einfach den Leuten zugänglich sein, die auch am Meer leben. Essen wir einfach nur so einen Süßwasserfisch oder wir wohnen in der Nähe der Ostsee etc. Wenn wir eh schon bei Fleisch immer darauf achten, biologisch, nachhaltig und wir gucken, woher unser Fleisch kommt, sollten wir das vielleicht auch beim Fisch tun. Ich selber, ich sag's euch immer wieder, esse nur noch meinen selbstgefangenen Fisch, aber ich will euch das eh alles offen lassen. Das ist jetzt nicht hier der Punkt, hey, Markus von Agel News sagt, wir dürfen das nur noch so machen. Ich will euch nur zum Denken anregen, Leute. Ich will euch zum Denken anregen und will euch nicht einen Freifahrtschein geben, nur weil da ein MSC-Siegel drauf ist, dass ihr denkt, ich esse ja Delfin-tötungsfreies Essen oder sonst irgendwas. Ihr wisst schon, was ich meine. Jede Zertifizierung hat auch irgendwo ihren Nachteil und wenn man genau überlegt, eine nachhaltige, industrielle Fischerei gibt es nicht und wird es wahrscheinlich auch nie geben, außer man überlässt es den Hobbyanglern. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich muss nochmal kurz Babs Kiewski erwähnen, der in ihrem Facebook-Post ein Statement dazu abgelassen hat. Ich lese es euch nochmal vor. Es gibt keine Nachhaltigkeit in der industriellen Fischerei. Vor ein paar Wochen habe ich eine Anfrage bekommen für die Bewerbung eines Gütesiegels für die angebliche Nachhaltigkeit der industriellen Fischerei. Den Namen werde ich nicht nennen, da ich das noch nicht hypen möchte. Ich war so geschockt, dass ich den Kontakt direkt geblockt habe und mir nicht einmal die Mühe gemacht habe, zu antworten. Diese ganzen Siegel auf der Fischpackung sind die reinste Lüge. Da ich offensichtlich nicht als einzigste diese Anfrage bekommen habe, möchte ich jetzt meine Reichweite nutzen, um davor zu warnen, den Firmen fragen meist nicht nur eine Person an. Eine Sache, die ich auch im Internet gelernt habe, wenn es um Partnerschaften geht, kurzfristige Werbung etc. Umso mehr Geld dahinter steckt, desto mehr ist die Kacke am Dampfen. Ich sag's euch. Ich sag's euch. Falls ihr einen Werbeblock annimmt, ich sag's euch. Umso mehr Geld dahinter steckt, desto mehr dampft die Scheiße dahinter. Das Sein. Der Trend, etwas mit Influencern zu hypen, was gar nicht gut ist, ist sehr erschreckend. Influencer ist halt eine sehr gute Werbeplattform. Das Medium wechselt halt immer mehr vom Fernsehen rüber zum Internet. Und da ist der Influencer natürlich der nächstlegende Punkt, der die Reichweite hat und das Produkt an den Mann bringen kann. Ob das jetzt schlecht ist, würde ich gar nicht mal sagen. Es ist halt eine andere Art der Werbung. Ich weiß, dass wir alle irgendwie auch nur unsere Rechnungen zahlen müssen, aber es gibt ethische Grenzen. Es gibt auf jeden Fall ethische Grenzen, aber die sind für jeden anders. Und ich würde auch immer sagen, es hat nicht immer was mit Grenzen zu tun, sondern häufig auch mit, ich wusste es nicht besser. Und dann sollte man jemanden noch nicht verurteilen. Wir sind doch Angler. Fang den Fisch selbst und töte ihn weit gerecht. Das ist tausendmal besser. Als zum Beispiel Thunfisch mit Fake-Siegel zu kaufen, Lachse aus diesen Farmen etc. Da gebe ich Babs auf jeden Fall recht. Auch schön. Ich muss sagen, auch wenn sie eine Frau hat, hat sie Eier bewiesen und ein schönes Statement abgegeben. Und ich möchte wirklich nicht hetzen oder jemand etwas Böses tun. Darum geht es gar nicht. Sondern Babs sagt nur offen, was sie denkt und äußert ihre Meinung. Jeder soll am Ende für sich selbst entscheiden. Denn auch diese Freiheit steht in jedem zu. Mir persönlich ist nur wichtig, dass wir kein Lemming-Verhalten an den Tag legen und auf den Halbzug ausspringen oder blind alles glauben, was andere sagen. Sei immer etwas kritisch in der Frage und informiere dich. Genau das, was ich die ganze Zeit auf jeden Fall gesagt habe. Deswegen wollte ich diesen Post von Babs einfach nochmal rausholen und nochmal hervorheben, weil ich den sehr, sehr stark von ihr fand. Und ja, wie gesagt, wir sind alle nicht, Leute, das weiße Tuch. Wir haben alle nicht die weiße Weste an. Wir haben in unserem Schrank jeweils 10.000 Produkte, die, was weiß ich, mit irgendwelchen negativen Sachen konfrontiert sind. Aber trotzdem ist es wichtig, nicht mit Scheuklappen durch die Welt zu gehen und immer auf die nachhaltigste Art und Weise zu konsumieren, wie man kann und das möchte. Kann und möchte. Und da wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg, dass es so klappt, wie ihr das möchtet und drücke euch weiterhin auf jeden Fall die Daumen. Und in dem Sinne, Leute, beende ich dieses Video jetzt und ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt gequatscht habe und ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Kommentare. Denn das ist schon ein sehr, sehr wichtiges Thema und ich glaube, das wird, ich glaube, in den Kommentaren werdet ihr gut eine Meinung haben. Bin ich mir ganz, ganz sicher, Leute. Also Augen auf beim Konsum. Und bis dahin, Leute, bleibt gesund, das ist das Allerwichtigste. Und falls ihr im Wasser seid, ein dickes Petri. Ich war heute übrigens am Wasser und hab Mech gefangen. Deswegen sehe ich so mied aus. Kuss.